Ja, Wein. Was ist Wein? Wein ist für mich Lebensinhalt. Ein Talent, das ich bekommen habe, das ist eine Aufgabe, das ist eine Freude. Noch ist mein Glas leer. Ich bin heute in Spanien und ist mitten im Ländle, und zwar beim Pablo im spanischen Restaurant Cusita in Walingen. Pablo hat heute zu einer Weinprobe geladen. Ich möchte euch Pablo, die Weine und seine Leidenschaft zu den Weinen näher bringen. Die Leidenschaft zum Weinen entsteht im Endeffekt durch die Lehre, die ich gemacht habe, im Schloss damals, im Schloss in Heigerloch. Und dann beginnt es, du riechst Wein rein, und du riechst halt nicht nur Wein oder Frucht, sondern du riechst auf einmal einen Apfel, und du fragst dich, wo kommt dieser Geruch überhaupt her? Wein ist sehr, sehr komplex, und doch immer auf ein einfaches runterzubrechen, auf ganz, ganz einfaches, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Ja, da kommt es her. Wenn man sich in der Weinwelt bewegt, wie ich das machen darf, sei es dann auch Weingütern in Spanien, viel natürlich, jeden Urlaub damit kombinieren, zum Leidwesen meiner Kinder, meiner Frau, Wein ist für mich Lebensinhalt, schlichtweg. Du musst ein Wein erklären, und du musst über diese Erklärung den Wein irgendwo verständlich machen. So, das ist mein Credo. Der zweite Wein hat mich schon total begeistert. Locko. Ein verrückter Wein, und der ist kaum zu bändigen. Drum ist der in einer Zwangswäste drin. Und die Verpackung, ich zeige es euch. Ein Gefängnis. Bei einer Weinprobe ist es an und für sich immer so, dass man natürlich auch was isst. Aber das Essen kommt nicht am Start. Immer wenn man Aromen oder Essen zu sich nimmt, ist es so, dass es natürlich auch den Wein verändert. Weißwein, Rosé, Rotwein. Und irgendwann kommt der Hunger einfach. Jede Weinprobe, die ich bisher gemacht habe, hat sich gelohnt. Ich habe auch noch keine ungern gemacht. Man macht aber die Nase auf beim Weintrinker. Und trinkt nicht nur, sondern erkundet den Wein. Dann hat es richtig Spaß dabei. Ich habe auch noch keine Nase auf dem Weintrinker.